... Jetzt wird unsere Runden konzentriert sein, das war die Einführungsrunde, auf geht's. Wir können innen sein und nach außen treiben, wo es Gas geht, wenn die Hörner gerade sind. Schnelles Einlenken hier, guck da muss ich hin, da ist die Pillote, da will ich innen sein an den CURPS. So lang warten, bis ihr die andere Pillote seht, dann könnt ihr einlenken. Und schau mal raus, beschleunigen und nutzt nach außen die Fahrbahn los. Hier innen sein und dann hier fangen wir einfach nur noch gerade aus. Fahrt hier den kurzen Weg gar nicht mehr von außen raus und fahrt meine Linie hier geradeaus bremsen das Auto, das ist für instabil. Fahrt hier den kurzen Weg gar nicht mehr von außen raus und fahrt meine Linie hier, das ist für instabil. So lang ist es 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 für instabil. Und die zweite Runde fahren wir, komm, dann warten wir mal unser letztes Auto da. Zum nächsten Mal.